Das war er. Ein bisschen Normalität in diesem Wahnsinn. Oh, du bist noch hier. Ich würde mich nicht entschuldigen, Frau. Ähm. Hör mal, Lady. Nein, ich glaube, das mit dem Baby sollten wir erstmal trotzdem vermeiden. Weil das wird nur Ärger bringen. Viel Ärger. Na ja, und? Ähm. Nee, mit dem Gewehr noch nicht. Ähm. Nee, mit dem Gewehr noch nicht. Ähm. Nee, mit dem Gewehr noch nicht. Ähm. 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 Ich weiß, dass es nichts persönliches mit dir ist. Warum hast du mir immer einen schweren Moment gegeben? Weil du immer anderen einen schweren Moment gegeben hast. Ich habe bereits entschuldigt. Sie hat es akzeptiert. Es ist alles gut. Er entschuldigt. Du hast immer versucht, mich zu beurteilen. Du machst dir ein guter Job davon. Du machst uns wieder. Ich weiß, wo der fucking River ist. Du kannst dich neue schaffen. Ich bringe es zu meiner Freundin, und dachte, sie wolle etwas von dem Fleisch. Nick hat mir nicht seit Wochen gesprochen. Manchmal musst du einen Rolle spielen. Auch wenn es bedeutet, Menschen, die du liebst, ich liebe dich. Er mag dich nicht. Nichts Vater war nicht da. Und er war ein Stück von Scheiße, als er war. Also es war für mich, ihn zu halten, ihn zu halten. Oh. Oh. Nick! Jesus, Mary und Joseph. Wtf. Och nee. Aber tot. Endgültig tot. Wtf. Och nee. Wer denkt, das hat das gemacht? Noch nicht sicher. Aber es ist nicht deine average Gang von Thugs. So viel weiß ich. Denk dir an. Dein Carver? Was machst du? Wer ist Carver? Schau die Leute da. Sei vorsichtig. Einige von ihnen werden noch weiter gehen. Ach schön. Der Carver ist also irgendjemand, der hier Probleme macht. Äh. Und wer ist Carver? Ja. Und wer ist Carver? Ja. Und wer ist Carver? Wie was? Wie was könnte uns sagen, wer das gemacht hat. Es gibt noch mehr. Die sind da. Das war kein Rinky Dink Pisschenmatch. Was war das dann? Fubauer. Woher geht's? Wir müssen weg hier raus. Wir müssen die resten. Wir müssen die resten. Was? Warum? Wettbewerb und denken, son. Wettbewerb? Wir müssen weg weg jetzt! Jesus Christ, geh an dich an. Was, wenn jemand ist жив, Nick? Wer ist denn? Weil sie vielleicht nur sagen wir, wer das gemacht hat. Wir müssen das jetzt machen. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick? I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What? That you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You wanna be careful? Keep a look out on that tree line. Whoever did this might still be out there. Waiting for another sucker to stumble across this mess. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look, just keep your head on straight. Oh. Same deal. We shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Hmm. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Okay. Wenn alle tot sind. Dann... Mal los. Kein Kopfschuss. Nicht gut. das ist alles 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 andere als schön so eine verflucht grausame welt haben immer noch den hammer bei sehe ich auch nebenbei der rucksack oh mein gott da bist du ich weiß dich? du war in die woods mit christa die Frau mit dem ich war was passiert? bitte sag mir sag mir bitte bitte der witz der witz er jetzt die die der witz der witz der 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 und die die Nein! Ich habe nur... Ich habe nur meinen Fuß verloren verloren. Verdammt. Oh, verdammt. Lurker! Was ist mit der Anmobilie? Komm hierher! Verdammt. Verdammt, holst du deine Arten hier! Beide von dir! Ich werde dich aufhören! Wir müssen hier raus! Geh raus, verdammt! Kannst du mir nicht einmal einmal hören? Nur einmal? Oh! Oh! Und jetzt aber weg hier! Scheiße! Aber er war eh infiziert und... Ach... Hm... Ja, schieß alles rein, was du hast, du vollidiot! Wir müssen gehen! Du könntest ihn schützen! Wie kannst du ihn einfach verlassen? Das nächste Mal bei The Walking Dead... Was werden wir tun? Wer ist außerhalb! Was? Was ist denn? Ich weiß... was er? Was ist denn? Einer der Leute, mit dem wir vorhin waren. Was wird er tun? Ich kann nicht weitergehen. Ich habe gedacht, wir haben ca. 4 und 5 mehr Tage, um uns zu erreichen. Wir sind nicht hier, um niemanden zu retten. Just relaxe und put the gun down, man. Ich dachte, du warst tot. Meine Entscheidungen. Episode 1. Alles, was bleibt. Haben wir versucht Krista zu retten? Ja, 38,8 Leute haben es versucht. Haben wir den Hund getötet? 81,6% haben das auch getan. Haben wir nichts, Entschuldigung angenommen? Ja, 87,3% haben das auch getan. Haben wir dem Mann Wasser gegeben? Nein. Und 32,1% haben das auch gemacht. Wenn der schon stirbt, muss der nicht das gute Wasser wegtrinken. So gemein wie das klingt, aber nein. Zumal der an Krista, ob sie nun lebt oder tot ist, weiß ich nicht. Aber der ist schuld. Punkt. Und ich habe mich für Nick entsch... Nick? Ja, Nick. Weil Pete schon gebissen war. Selbst wenn wir Pete gerettet hätten, wäre Nick wahrscheinlich tot. Und dann wären zwei Leute tot. Und so, auch wenn Nick jung ist, und gerade weil er jung ist und weil er nicht gebissen wurde, fand ich die Entscheidung durchaus sinnvoll. Und ich hoffe, das wird uns nicht irgendwann... Naja, es wird uns irgendwann ein bestimmtes Genick brechen. Ich meine, es ist The Walking Dead, also... Aber das war's dann auch für heute mit dem Stream, ne? Und ich bedanke mich auch für die, die bei YouTube zurückgeguckt haben. Und... Also, es ist irgendwie anders, Clementine zu spielen. Aber es ist irgendwie noch krasser und cooler. Und die haben die Story gut fortgesetzt bisher. Ich würde sagen, wir sind uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob denn Stream oder Aufnahme. Ich weiß nicht, ob mit Cam oder ohne Cam. Das war jetzt einfach mal so zum Testen, just for fun. Und ja... Bis dann, Leute. Ciao. Oder kommt jetzt noch was? Moment. Nope. Gut. Dann... Tschüss!